Stita Vivekasana ist die Stellung der beständigen Unterscheidungskraft. Raffaela zeigt, wie es geht. Zunächst bringe deine Beine in Swastikasana. Gib einen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und den anderen Fuß von unten zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Das ist Swastikasana und Swastika oder Swasti heißt Wohlwollen. Nimm also, man könnte auch sagen, eine innere Stellung des Wohlwollens ein. Und jetzt halte die Arme über Kreuz vor dem Brustkorb. Auch hier nehmen die Hände praktisch die Swastikasana-Stellung ein, also auch wieder die Stellung des Wohlwollens. Und jetzt kannst du die Augen schließen und tief nachdenken. Stita Vivekasana war zum Beispiel auch eine Stellung, die Schüler eingenommen haben, um ihrem Meister zu lauschen. Und dabei ihr Wieweka, ihre Unterscheidungskraft zu entwickeln. Wie in Wohlwollens её für Wie in Wohlwollens Vielen Dank.